Hallo Flavio, das sind deine drei Blogs, die noch nicht nachgearbeitet sind und zeig mal, wenn du fertig bist, zeigen wir mal, wie es aussieht, bis dann. So, Flavio ist jetzt fertig und seine Treadlocks sind schön nachgearbeitet, von 76 auf 43 zusammen geschwumpft, aber das ist ausreichend, finde ich, und das steht hier ganz toll. Viel Spaß! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020